Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin Dr. Martin Harris Ich war vier Tage weg und meine Frau ist in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennt Verzeihung, haben Sie eine Einladung? Das da drüben ist meine Frau Liz Sollten wir uns kennen? Was ist denn los? Ich bin's doch Dein Mann Martin? Sie sind Dr. Martin Harris? Sieht wohl ganz danach aus Soll das etwa ein Witz sein? Kennst du diesen Mann? Nein Schafft ihn hier raus Es gibt keine sicheren Prognosen bei schweren Traumata dieser Art Erinnerungen gehen verloren oder werden lückenhaft Ich bin nicht verrückt Irgendwo gibt es Beweise, dass ich, ich bin Ich war in ihrem Taxi, wir hatten einen Unfall Wie haben Sie mich gefunden? Ich muss wissen, was passiert ist Sie sind in Gefahr, die beobachten Sie Die wollten, dass ich glaube, dass ich verrückt bin Aber seit sie mich umbringen wollen, ist mir alles klar Was ist ein einfacher Code? Sagen Ihnen die Zahlen etwas? Was ist die Handschrift meiner Frau? Die haben Ausweise, Kreditkarten, Familienfotos Sie erinnern sich ja wirklich an nichts mehr Nehmen Sie Ihre Hände weg! Wer sind diese Leute? Die können jede Identität annehmen Die Frage, die sie stellt, lautet Wieso fallen die ihren Platz einnehmen? Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist Aber Sie müssen ihn verhaften Oder viele Menschen werden sterben Es gibt keinen Martin Harris Er existiert nicht Ich bin Martin Harris Und ich habe nicht alles vergessen